herzlich willkommen zu einer weiteren folge fifa 18 manager wir spielen jetzt daheim gegen cardiff so nebenbei die stadt wo auch das doktor who museum steht für all diejenigen die es interessiert was das doktor who museum ist schaut nach googelt es es ist einen besuch wert für alle anderen die das ganze nicht so interessiert es ist eine kleine fußballstadt werden wir dich einmal auch wieder eins setzen wenn wir die schon geholt haben auch wenn ich nicht mehr gewusst habe ja im letzten spiel hat man sich schwer getan hat man verloren wahrscheinlich auch aufgrund dessen dass man zu sehr experimentiert hat der dokole ist ein wahnsinn ja wurscht ja da hat man es eingeblendet gesehen cardiff liegt in wales mit dem auto von london entfernt circa hilf mir einmal mystische stimme waren es drei stunden autofahrt von cardiff nach london flughafen doch drei bis vier stunden wenn man keinen stau hat spiel ich schon so lange fiefe und habe jetzt das check dass es eine halb hohe flange flange gibt oder habe ich den jetzt eingesetzt aber das war nicht gut das war nicht gut ja wenn ich da komme im nächsten spiel ich wollte jetzt auch einen nachwuchsspieler eigentlich testen nein da ist er eh bail cool ob der auch so einschlag mich schulte aber so dass mein pass bist du behindert oder was ist los mit euch na geschlechtig das war jetzt aber schon nehmalike holi da holi jetzt spielte der kanadier schwarz ist es könnte hinkommen dass er das ist na komm alter das war nehmalike das ist jetzt nicht dein ernst das war jetzt wenigstens gerechtigkeit ja brotherton der fällt auf so oder so finde ich oh mein gott und oh mein gott wie kann man den versammeln das ist ja nicht am fall erstmal oh man was ist da jetzt los nur schön 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 wirklich man kann sagen er hat es über drei ecken eingeleitet der neue neuer französischer nachwuchsspieler bringt die flanke noch auf na nicht ob rani bringt die flanke noch auf church der legt nach hinten ab auf ob rani der ball springt zwar noch hoch aber er bringt ihn rein ja elf monate ist dieser mann noch da dann geht er in die fußballpension wird sicher ein verlust aber ich wusste ja dass er nicht lange spielen wird aber ich wollte ihn unbedingt noch holen einer meiner lieblings polen oh der kommt durch oh das war ja nichts ja wenn man schon den ganzen spieler hat dann testet man sie natürlich auch durch ist ja klar aber ich glaube dich schicke ich noch auf ausbildung oh oh was ist das für ein neues spaß alter armstrong das kannst du viel besser da fühlst du überall bis dort so long mach das mal vor oh wenn man es nicht macht den pass aber bei glück ich habe in letzter zeit viel wm gespielt da sind die da ist die spielphysik auch ganz anders holi den haust roh holi den hast Oh schön. Schulter. Oh, 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 oh. Schiri, sehr freundlich. Sehr mein Haberer. Ach, du bist mein Haberer. Sehr gut. Da hat er jetzt Glück gehabt, dass er nicht vom Platz gestellt wird. Ich sag einmal, wenn der Spieler aus Karev sich hätte fallen lassen, dann wäre es das gewesen. Oh, Belkur. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, das war eine nice Vorlage. Belkur liegt vor. Auf Judge. Der bewässt Köpfchen und Köpfe zum 2.0. Oh, Mann, das war's! Oh, Mann. 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 Oh, schön. Schön! Unglaublich. Belkur auf Obranjak. Der bringt den Pass rüber. Auf Church. Bist du Departement, der geht einmal. Dann hinterlässt du eine Glücke. Äh, eine Glücke. Eine Lücke. Ja, und man wurde... Man hat mir gesagt, dass wir... Also, dass ich bei der EM, die ich ja mit Ending bestreite, die seht ihr ja auf meinem Kanal und auch auf dem vom Ending. Man hat mir gesagt, ich flanke zu wenig rein. Ich trau mich zu wenig. Hier in dieser Partie klappt das ganz gut bis jetzt. Habe ich noch irgendwelche Junge mit? Na. Na, 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 na. Was kannst du noch spielen? Du kannst Z-O-M spielen. Na, dich lasse ich jetzt mal. Du hast es noch nicht verdient, aufzulaufen, nachdem du mir das Finale so versaut hast, das ist für dich ein verschissenes Jahr, Burli. Das sage ich dir. Das habe ich befürchtet. Gibt das jetzt Rot? Müsste es eigentlich gehen? Nein. Oh, der Schiri ist... Schiri ist pro Linking City eingestellt. Zweiter Elfer. Oh! Wie schön er sich geschmissen hat und der Ball rollt unten durch. Danny Ward. Ward? Was ist dieser Ward? Was ist dieser Ward? Oh, das war ein schwacher Schuss. Hmmmm. Ja, da hat das Spiel aufgehängt. So Ward geht, wenn ich richtig gesehen habe. Das ist geil. Der Deneden spielt einer Geburtstag. Ich bin aufgehängt, ich bin aufgehängt. Belkur hat hier wunderbar gekämpft, Church auch, Church wird auch gehen. Na gut, na gut, probieren wir es wieder mal, ob es noch etwas versaust oder nicht, Haberer. Oh mein Gott, das ist alles frei jetzt. Bis der da am drittschnellsten ist er nicht. Oh. Oh, jetzt kommt da der Dreifachwechsel. So, bohrt der da hoch wieder ran. Oh, da hat er ja gut geglaubt, bis zum drittschnellsten. Wunderbar, Cinelli zum 4 zu 1, Forte vorgelegt. Hat er gesehen, dass er zu sehr bedrängt wird, sieht, dass Cinelli frei ist. Und jetzt kommt der 3.0 an. Und jetzt kommt der 3.0 an. Und jetzt kommt der 3.0 an. Ja, für den 3.0 an. Sehr verhalternder Jubel. Schön, wie war das? Forte hat es wieder aufgelegt. Wenn du das weißt, dann hast du einen Fix-Level. Schulte, jawohl. Du hast einen Fix-Level jetzt. Fix, Alter. Zweites Tor im zweiten Spiel. Schulte, das fühlt sich hier gut an. Ach, Mann. Tschüss. Oh, schön. Substitution für Cardiff City. Off the pitch, number 14, Salmane Banda. To be replaced by number 4, Sean Morrison. The referee has indicated there will be a minimum of 3 minutes at a time. Ja, schön gemacht. Schön gesiegt wieder. Obraniak 1 zu 0. Ja, hier sehen wir den jungen Mann, Bell Kurz eingeleitet. Church zum 2 zu 0, Bergkopf. 3 zu 0, jetzt der Elfer. Der zweite Elfer ist das. Der erste wurde abgewehrt. Hier der zweite Treffer für Cardiff City. Und hier der schöne Pass auf Schulte. Ja, er kann's. Der andere noch nicht so. Aber man wird sehen, wie er sich entwickelt. Ich bin der Fanggemer. Macht's das gut. Bis dann. Ciao und baba.